Ich bin mit meiner Performance an die Wand gefahren. Ach, schade aber auch. Ich fühle mich so schlecht. Ich wusste sofort, dass Alex so ein Macho ist, der Ego-Probleme hat. Fass mich nicht an. Was soll passieren? Fass mich nicht an, Mann. Bist du dumm, oder was? Wenn du ziehst, tut's weh! Fuck! Alle Frauen sind für dich unerzogene, kleine Bücher. Nein, du! Ich, ah, und deine Ex-Freundin warst auch? Ich hatte gemütlich einen Sack, Alter. Das hier ist der absolute Tiefpunkt unserer Beziehung. Oh mein Gott! Schimmelige Scheiße! Welche Sexstellung mag ich am liebsten? Arschloch lecken. Wie kann man so doof sein? Halt die Fresse, ohne Scheiß, ehrlich. Komm, halt's Maul, ehrlich! Ich kann die Bämme auf jeden Fall noch rausf***en hier. Das ist Scheiß wieder. Mein Mann hat kochernes, du hast Wachteleier. Ich weiß gerade nicht, in was für einem Heuchler vor allem wir hier gerade auch irgendwie sind. So ein Faker. Das ist so ein Faker. Ich bin ein gradliniger Mensch. Purer Verrat. Steh auf, ich warte auf dich. Ich warte genau wie auf dich. Ich warte auf jeden. Ihr seid eine Lachnummer. Das war's. Ich warte mal.